Das kenne ich nicht. Wahrscheinlich durchhaltene Treppe. Ach, das ist gut. Hallo. Hallo. Wo kommen wir her? Von Osten. Verdammter Tataritz. Die Indianer haben uns angegriffen. Schienen Apachen zu sein. Was? Was sagten ihr da? Die Apachen sind doch unsere besten Freunde. Aber wir haben es doch gesehen. Was, Leute? Sag sie selbst. Da kommt sie. Wer ist das? Ah, Red Mangas. Freut mich, dich einmal wieder zu sehen. Ich will wissen, wer das ist. Das? Das sind harmlose Jäger. Sie kommen hier öfter vorbei. Jäger? Jäger haben auf uns geschossen. Geschossen? Hier? Das kann keiner von uns gewesen sein. Aber diese Leute. Wann war das denn? Die Sonne stand noch hoch am Horizont. Am Horizont. Na siehst du, das ist doch möglich. Zu dieser Zeit waren die Jäger lange bei uns im Dorf. Aber das kann... Ach, du bist verwunden. Die Kugel muss sofort entfernt werden. Komm, ich werde dir helfen. Hey. Kannst du verstehen, warum der sich um eine Rothaut kümmert? Nee. Wie sagt er noch General Sheridan? Der beste Indian ist ein toter Indian. Oder, Joel? Komm, sei nicht so gehässig. Die Indianer sind doch unsere Freunde. Hast du doch gehört. Hey. Kannst du uns einen Whisky verkaufen? Ja, gerne. Die Indianer sind doch nicht. Ja. Die Indianer sind doch nicht. Aha. Ihr wollt nicht unsere Freunde sein. Okay. Daneben nicht. Hey, habt ihr das gesehen? Diese dreckige Rothaut greift mich an? Los, macht sie fertig! Stopp! Aufhören! Sofort aufhören! Los, macht sie fertig! Aufhören habe ich gesagt! Ich bin Jeremiah's Flammer! Okay, wir hören ja schon auf! Die bleichen sich da drinnen und Unheil ins Gebiet des Roten Mannes! Sie mögen verschwinden! Okay! 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 Na los, macht das ihr wegkommt! Okay, wir gehen ja schon! Aber könnt ihr uns wenigstens sagen, wie wir von hier weiterkommen? Nehmt diesen Weg hier! Dann immer weiter geradeaus! Ich hoffe, das reicht euch! Ja, ja, denke ich schon, dass das reicht! Goodbye! Gentleman! Redmangas Dank dir bleiche Sicht! Er wird seine Hilfe nicht vergessen! Hey! Du könntest mir tatsächlich helfen! Und wie? Es ist schwierig, dir das hier zu erklären! Am besten, wir treffen uns draußen bei der alten Fichte. Da kann ich dir dann genaueres sagen! Gut, ich bin einverstanden! Wenn die Sonne untergegangen ist, wir treffen uns dort ein!